Willkommen zu einem neuen Part von Quake 4. Wir haben schon gesehen, dass jetzt ein Computer in diesem Bauch steckt. Ist mir jetzt auch völlig egal. Oh, so, ganzer Raum. Oh, shit. Shit. Rebo, was? So. Kein Problem für mich. Und wieder so ein Herz. Ups. Ganz einfach. Beim... Bats pingvoll in die Fresse. Er will noch mehr von meiner Schrotflinte. Oh, shit. We do not want to attract that heart. Wo sehen denn diese Viecher aus? Die haben solche Schwänze unten. Wie, was die wohl gedacht sind? Hm, dynamische Schatten. Jetzt dreht sich, okay. Was? Ja. Schatz? Seien wieder genug Ammo? Ja, genau das, was ich sah. Gib mir einen Moment. Ich kann da drauf gehen. Ich kann da runterfallen. Oh, was zur Hölle? Ich kann auffliegen. Da, ich kann auffliegen. Hö. Da wundert ihr euch, ne? Ne, ich höre jetzt auf zu... So, no clip. Das ist ja fies. Äh, na, 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 na. No clip aus. Hä. Das ist aber nur ein kleiner Witz am Rande. Shit. Dann tut doch lieber aufgehört. Oh, ich falle runter. Okay. Das war wohl die Strafe für mal einen Cheaten. Egal, ich wollte auch nur... Ups. Ich wollte doch gar nicht auf Restart machen. Und nur ein kleiner Witz am Rande. Okay, müsste ich nochmal da anfangen. Egal. Wir kennen das jetzt. Da, na, 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 na. Tron, na, 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 na. Da kommt so ein hässliches Vieh und will mich tröten. So. Schrotflinte, du schießt alles. Ich hab ne... Ah, egal. So. Fliegen keine Fleischsteile raus. Der lebte... Ja. Denn Ergang ist nicht zu spaßen. Frisch das, du Vieh. Ah. Der bemerkt das gar nicht. Ergang ist nicht zu spüren, wenn ich versuchte. Okay, wir hier waren wir ja schon. Hey, Strauss. Ja. Precisely was ich was looking for. Give me a moment. Okay, jetzt kommen gleich wieder diese fliegenden Viecher. Die eigentlich... Relativ einfach zu besiegen sind. Und einfach nur lange genug draufballern. Oh. Sieh, man muss so diesen... Das Ding da unten schießen, dann sterben sie schneller. Kannst du mich bitte aufpimpen. Danke. Okay. 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 Der Wiener. Return to Rhinosquad. Okay. Lass ich ihn da alleine. Kein Problem. Wenn er stirbt, ist er nicht mein Problem. Ups. Er hat einen Putzelbaum gemacht. Da, 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 da. Ich... 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 Das ist richtig vollpumpen. Oh, ich nehme keine Notiz. Es kam eine ganze Zeit. Ich brauche dich hier, um den Weg zu dem Konvoi zu entfernen. Oh, shit. So. Kommt von da oben. Large Health Pack. Okay, jetzt hab ich wieder 55. Ah, das bringt mich an. Sehr, einer von euch ein Medic. Ich brauche dringend... Okay, es geht wieder. Nein, du wirst jetzt nicht auf mich schießen. Na, hoppala. Hm. Da. Frisst. Eine Nägel. Das war aber vor allem... Oh, jetzt hab ich zwei. Frisst. Oh. Shit. Shit. Autsch. So. Small Health Pack. Okay, es ist nicht gerade viel, aber... Ich müsste auch... Ah, das... Armor, Armor, Armor. Gib mir Armor. Okay, es geht... Jetzt... Bin ich relativ sicher vor Angriffen. Kann ich da lang? Ne, es... Sperrt ab. Sonst was. Deaktiviert der Frostfield. Soll das Kraftfeld deaktivieren. Oh. Hier ist der Fliegeviecher. Hm. Oh. Shit. Bleib doch mal stehen. So. Gibt's irgendwo was zum Aufladen? Ne. Oh, shit. Nein, hör auf auf mich zu schießen. Hm. Oh, shit. Ich hab vergessen nachzuladen. Oh. Jetzt ist er tot. Der fetzt ziemlich weit weg. Drei Leben. Oh. Okay. Ich nehm alles zurück. Dung. Ups. Wir können auch so lang. Oder? Was ist denn... Was macht das eigentlich, das? Mach egal. Haben wir das Kraftfeld deaktiviert? Also... Ja. Jetzt können wir da lang. Wettung, du Konvoi. Yes. Ich hab's geschafft. Ah, das ist das EMP-Ding. Wo? Oh. Ich töne das mit meiner Schrotflinte. Noch lauten. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Meine EMP... Unsere EMP. Das ist eigentlich schon radioaktiv. Ach, das wird... wird Kernenergie betrieben. Herr Präsident, Ross. This is Strauss. What has happened? I cannot open the door. Please. I need help, Lieutenant. Miss. Ist tot. Er ist tot. Yes, sir. Damn it all. Bidwell was a good man. Good man. Er war ein guter Junge. Jetzt ist er tot. Da können wir nicht lang. Strauss, die EMP ist destroyed. Aber wir müssen trotzdem diese Fasilität abreden. Sie erzeugt ein sehr starkes elektromagnetisches Feld, das elektrische Geräte vernichtet. Oder und unbrauchbar macht. Oder das. Das klingt wie ein Plan. Boss, raus. Oh. Oh. Dankeschön. Egal. Ich muss euch erzählen, wie wichtig das ist. Was für die Kosten ist, musst du den Tetra-Node anbauen und den Nexus anbauen. Game ist abgespeichert. Und zu wenig Munition. Egal. Ich kann ja auch. Oh shit. Überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. So. Ich soll da rüber. Oder? Oh ne. Ich soll da lang? Ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Was? Ich töte mich hier selbst. Ach, da lang. Äh, bin ich blöd. Nochmal laden. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Also ich... Ich meine, ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Taktaktaktung. Äh? Ah, ein Hyperblaster. Nachladen. Oh shit. Wir lassen fliegen, das Ding. Naja, okay. Was ist denn hier so feines? Batterien, oder? Hallo? Klopf, klopf. Oh shit. Habt ihr schon gesehen? Und was ist denn das? Was kann man damit machen? Was... Was macht das? Wird es einfach nur schick aussehen, oder eklig? Schick für die Strokes, eklig für uns. Ist da nichts interaktiv? Hm. Ah, hier. Saven? Oh. Wieder fliege Dinger. Okay. Testen wir mal den Hyperblaster. Aha. Das ist so wie ein Plasma-Ding. Oh nein, wieder dieser. Mann, die tauchen jetzt massenweise auf. Und das ist auch mal im letzten Part durch die Rohre geflogen. Verdächtig sieht mir das aus. Ich vertraue lieber meinem alten Freund, die Schrotflinte. Pfff. So. Jetzt erstmal nachladen. Oh. Was? Wo? Wie? Wer? Wo? Wer? Was? Da oben. Oh. Oh. Okay, der hat nicht mal ausgehalten. Abspeichern. Ja, und hier ist wieder Part-End. Hm? Ach. Ich sehe den Gegner nicht. Ah, da. Shit. Okay, wir sind zum nächsten Part. Ciao.